Es war aber ein Mensch unter den Pharisänen mit Namen Nicodemus, ein Oberster unter den Lohnen, der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm. Du weißt, wir wissen, was du bist, ein Ehrenkopf gekonnt, denn der Mann kann die Zeichen tun, er sei denn Gott mit ihm. Jesu, als der Hand wollte, schreie und schreie und schreie. War ich, war ich, ich sage dir, war ich, ich sage dir, es ist ein Kind, das Segen, der Beut in der Ruhe werde. So war mir das Recht und so kommt, wie das euer Leben ist, die Züge. ZEBEN 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020